Hallo, ich bin Helga. Ich habe schöne goldene Haare, nette blaue Augen und eine große Nase. Ich habe zwei Kinder und brauche mehr Geld. Du solltest ein guter Vater für meine Kinder sein. Mein perfekte Mann wollte freundlich, lustig, intelligent und reich sein. Du musstest mir abendessen manchmal gucken. Wenn wir sind heiraten, ich werde Mittagessen für dich jeden Tag einpacken. Hier sind meine Leistungen. Als ich war drei Jahre alt, habe ich einen Draken getragen. Als ich in den ersten Jahren war, habe ich die Student der Wacke-Preis gewonnen. Es war die am besten Preis, ich habe gewonnen. Ich esse Jell-O gern. Wenn wir sind heiraten, ich werde Jell-O für dich jeden Tag machen. Es ist so gut! Ich liebe meine Familie, aber ich bin intelligenter als meine Schwester. Ich bin die älterste Kinder in meiner Familie. Ich konnte mit dir laufen, aber ich werde nicht schnell gehen, weil ich bin die schnarrte Person der Welt. Und das bin ich. Jetzt, du solltest mir anrufen oder schreiben. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.